Bilderlebnis der neuesten Generation. Der südkoreanische Konzern LG stellt auf der Technikmesse CES in Las Vegas einen transparenten 4K-Bildschirm vor. Die Bilder schweben quasi im Raum. Im Kontrastmodus dagegen wirkt das Gerät wie ein herkömmlicher Bildschirm. Hier sehen Sie, wie der Kontrastbereich herunterfährt. Damit verwandelt sich der Fernseher von einem normalen OLED-Gerät in einen transparenten Fernseher. Auch wenn er im Transparenzmodus ist, sind wunderschöne Darstellungen auf dem Bildschirm sichtbar. Auf den Markt bringen will LG seinen transparenten Bildschirm voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte. Dann wollen die Südkoreaner auch Details zu den Preisen bekannt geben. Konkurrent Samsung stellt auf der CES ebenfalls einen transparenten Bildschirm vor. Er setzt allerdings auf die Micro-LED-Technik.